Und nun einige Bilder aus einem modernen Filmatelier, denn von den großen Arbeiten zu einem Spielfilm haben die wenigsten Kinobesucher eine Ahnung. Kleine Restaurant, schon hoch! Wir spielen hier einen Schauspiel aus einer Zeit, in der Pflicht und Opfer ein Volk groß macht. Aber unsere Zeit erfordert Pflicht und Opfer, gebt alle für das Winterhilfswerk des deutschen Volkes.